Jetzt mache ich Livestreams, Silas. Ich mache gerade einen Livestream und nenne das. Ich spiele wieder mit Pro. Du hast auch nicht schon fünfmal gesagt. Ja, aber Silas war doch nicht da, oder? Ja. Oh, hä? Ja. Er ist ja neben mir. Ach so. Ist ja bei mir. Ich sage euch gleich, wie ich heiße. Also, Silas, du musst ein Abo dalassen. Musst du. Ja, ich mache irgendwie auf jeden Fall einen Push. Kostet fünf Euro. Wie haben wir beide gegen, Lasse? Ja, wir werden zwar eh verkacken, aber passt schon. Ich gehe in die Wette zu Flattin. Gut, danke. Schnell. Wie ich heiße? Das ist ja übelst du in Lackermischung, oder? Wie, Silas, weißt du noch, wie ich heiße? Wo drauf? Ja. Nein, weil die Lieferung. Nein, Digga, bist du dumm? Du hast aber gesagt, dass es dein Account ist. Nein, wir wollten doch mal einen Fußball-Account machen. Und deswegen heißt er die Soccer Buddies 123. Ich streame sehr häufig. Ich halte. Und wieso kannst du es nicht? Wegen Internet? Ja, ich halte. Ja, ich habe halt gutes Internet. Ja, einfach die Soccer Buddies 123. Hat drei oder vier Abonnenten. Keine Ahnung. Ja, ich habe vorgestern angefangen. Oder nee, gestern. Und ich finde, wer die E auch? Nee. Ich brauche noch irgendwie... Ich brauche noch sowas wie eine... Diegel oder sowas. Diegel brauche ich halt immer. Wieso Pussy-Waffe? Ja, wir dürfen aber mit Pussy-Waffen spielen, weil du rasierst uns mit einer Pistole. Achso, spürt ihr nicht mit Pistole. Spät, lass sie mal ernst. Ja. Ich denke, das ist nicht unfair. Ist es doch auch nicht. Ich meine, wie lässt du das fast so gut wie er? Zeig, damit du deinen... Ey! Los go. Los go. Da war ich nur close. Der war close. Ich schwöre. Du bist nicht auf deiner Treppe, wenn du gespollert. Boah, ich schwöre. Ich spiele einfach mit P19. Digga, Leute, guck mal, was ich gerade in diesem Ding ins Gefund ablasse, was hier lag. P90 lang. Was ist das, die Schottgarnier? Na, die habe ich auch aus Kiste. Na, guck mal, ob du da fällst, eine goldene Automate ist. Wo? Es gibt zwei goldene Automaten und in beiden sind die goldene Neuschottgarn und so. Ah ja, die... Ich hab die auch aus dem Automaten. Digga, ist... Hä? Lasse, guck mal, ich kann... Ey, Lasse und bitte nicht die ganze Zeit trappen. Äh, okay. Lasse, spielst du jetzt gerade auf PC, ne? Klar. Gut, woher bin ich auch so schlecht. Also nicht so schlecht, aber ich bin gar nicht so... Habt ihr nachher auch ein bisschen Bock auf Squatch? So gucken. Lass sagen, bei 49 geht's los. Okay. V-Laf hat schon alle Wochen fertig. Ähm, ja. Ist das gleiche Level, auch Level 39. Ja. Okay, hab ich gut dann. Aber ich glaub, du bist nicht so... Ähm, also nicht, ähm... im Level normal so hoch wie ich. Ja, kein weiß, ich weiß nicht, wie ist das denn du bist du? Äh, ich glaub, 33. 31. Er war klar, weil du hast auch noch tägliche Aufgaben gemacht, die ich halt nicht machen kann. Weil ich ja nur am Wochenende spielen darf. Was ich auch einhalte. Aber du hast so weit als ich da. Äh, ein Papi-Durteil. Du bist fast jetzt jeden Tag on, ne? Ja. Was geht denn 20 Sekunden los? Ja, ich hab da noch nicht ganz so viele, ähm, Munition, aber... Hey, wie hast du das? Ich fang... Ich fang... Ich fang mit Jagdweil, das mit Jagdweil habe ich null Skill. Ey, sieh doch, wo... Woher hast du das Jagdgewehr? In der Kiste. Oh, fuck, alter. Ey, nein, nein, nein! Hä? Da wird wer... Wir lieben doch jetzt hier. Ja, easy. Ich hab ne Chance. Du bist immer süß. Was? Man sieht, als kannst du dich irgendwie helfen. Okay, ich komme. Ich mein, man sieht dich nicht mal auf der Karte, soweit bist du weg. Ich komme! Du bist tot, Lasse! Jetzt war der Profi, Junge! Ja, Digga, fall halt gar nicht mehr auf! Lasse hat gar nicht mehr... Lasse hat nicht mehr so viel Leben. Es geht. Also Schild hat er nicht mehr. Lasse war ich so schlecht? Lasse... Nur mit Fallen, Alter, weil ich nachladen muss. So ein Hurensohn. Lasse war ich schlecht? Er kann nur mit Fallen spielen. Nur. Lasse hat nicht mehr so cool. Lasse hat er nicht gut sein. Schild! Das ist nur, weil ich dich nicht nachlös. Ab ihn! Natürlich, Digga, wir haben ja One-Hitled. Alter, ich hab' gar keinen Bock mehr, Mann! Keine Hundert-Fälle, Hundert-Fälle. Einmal wurde es jetzt wieder gekehlt, der ulti wiederum. Ja Digga, es ist einfach so glücklich passiert. War kein Glück, ne? Haben wir den Headshot gegeben, den dicken Headshot. 154er. Guck hier, schnell! Hey! Stray von oben mit Böck! Was Digga? Silas, du willst mich doch verarschen, ich hab ihn zwei... Der hat sich dann... 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 Aber ich hab ihn, äh, 2,42, äh, Headshot zu geben und da noch ein 20er-Hit. Der hat mich durch dein... Nein, wieso versuche ich ihn zu-chip-shoten, bin ich dumm. Der hat sich dann... Ja Junge! ja ich kann Wir werden nicht mehr losgeln! Aber wir werden nicht mehr losgeln! Jetzt wird es nicht mehr losgeln! die das macht von oben stress wir haben eine chance ich möchte nicht eine frage ich an dich wieso spielst du mit farmers wieso spielst du mit farmers was geiles ok der hat kein schild mehr ja aber lasse ganz sicherheit auch die ganze zeit ne ne eigentlich nicht ne klasse wie viele abonnenten hast du auf youtube wenn ich ganz so viele ja wie viele denn diga spiel ich eklisch nicht ne 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 ich habe eigentlich immer voll schlecht normalerweise bin ich viel besser Prozent Spiegel und die erste Kampfer das ist auch die Gäste an die Spiegel Kampfer und das tut ich kann nicht wissen die beiden Rücken, also lass mich hinterspringen. Das schaffst du, Kilian. Hahaha, lustig. Also grundsätzlich. Digga, was für tot, alter. Lass mal gleich ein bisschen, wenn da so 30 Minuten steht, lass mal so Sport spielen. Ich musste auch lange waren wieder, Junge. Sie lass ich Bungert am Live-Stream, ne? Und hab zwei Zuschauer. Es ist ein bisschen peinlich, wenn du die im Feld rumschreist. Digga, gib mir so viel One-Pump, alter. Ich hab ja keinen Bock mehr, man. Ich dominiere, ich hab sie unermal hart, aber die anderen, das kommt hier nochmal auf den One-Pump bei der Saison. Ich schwör jetzt mal, ich schwör jetzt mal richtig rein. Oh, die haben wir schon. Ey, das wird angerufen, was unsere Chance. Was? Ihr wird von seiner Mutter angerufen. Ey, Herr Jungen, du bist am Telefon, ich dachte, es geht nicht weiter, lass'n. Müsst du häss. Ey, hat Lasse ne zweite Maus? Lasse, wie teuer war dein PC? Ja, ungefähr 600 Euro. Der PC an sich, oder? Lasse, hab ich mit dir leben. Ich hab die guten Hits wiedergegeben. Aber kein One-Shot-Hitschot. Noch eine Sache zu kommen. Ey, wir müssen ihn früh schicken, ne? Lass'n zu. Müsst ihr? Ja. Digga, es ist Mittag. Ja, sorry, Alter. Die Mutter hat nicht so wieder Zeit, Digga. Als ob ihr wirklich frühstücken müsst, Alter. Oh, Finger, Finger, Gold! Oh, sie haben wir wollen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Lasse hat nicht mehr viele Leben. Ich versuch' Lasse jetzt mal zu Trickshotten. Lasse frühstücken. Lasse frühstücken. Lasse frühstücken. Ja, wir gehen eben frühstücken. Ja, bis gleich. Yo. Ey, Silas. Ah, es klappt. egal leute wenn ich das mal könnte also bodenwandtreppe allein ist ja easy manchmal verbaue ich mich da auch aber sonst ist es eigentlich ganz easy easiness und dann gibt es ich mache manchmal so 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 und dann so und dann edit das immer aber an alle controller spieler probiert mal mit dieser störung wie ich so gut warte ich mach mal jetzt 19 und komplett fehl jetzt warte ich und jetzt abseilen er ist da leute da kriegt man auch kein falsche an wenn man das so macht wie ich so leute ich gucke mal kurz über mein handy ob alles im live stream läuft pooh 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 wo ist wie wenn die rote wo ist wo ist pooh Hallo Digga, hey, er läuft kurz gar nicht im Neid zu gehen. Digga. Astla, digga. Digga, hey, er läuft kurz gar nicht im Neid zu gehen. Digga. Astla, digga. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Das versuche ich halt. Erstmal muss ich Bodenwandtreffer flüssig bauen und dann... Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Ne, ich guck mir das noch mal an. Oh, Leute. 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 Welche Battleverschlüsse? Oh, Leute. Ja, wenn die jetzt vermischen. Oh, woh, da kann man werden, Alter. Wohin! Oh! Wohin! Oh! Ich will nicht so auf das Scheit mehr! Ich kann nur nicht auf einmal finden, Schatten oben wieder! Also, in der Blom! Wo ist alles Blom? Wohin? Wohin? Aber Blom? Wohin? Wohin? Was ist ein Blom? Wohin? jetzt muss ich kuscheln, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die immolier fuck Leute ups, die hat jetzt nicht gelesen alles klar ne, der hat ja keinen Bock mehr oh fuck alter waren das squads? ja, zwei teams ne? 18 HP, alter nee da kommt der da kommt der da kommt der Leute, ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Ich bende den Livestream. Ciao.